Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir das Thema Kaufvertrag, Gültigkeiten von Angeboten und deren Rechtsfolge. Ihr findet hierbei 15 kurze Beispiele zur Veranschaulichung und besseren Vorstellung, wo diese Situationen eintreten können. Los geht's, wir wünschen euch viel Spaß, ein gutes Verständnis und wenn ihr weiterhin guten, leicht verständlichen Content von uns hören möchtet, aktiviert die Glocke und abonniert uns. Lieben Dank und los geht's. 1. Widerruf des Angebots, § 130 Absatz 2 BGB Beispiel 1. Ein Verkäufer bietet ein Auto per E-Mail an und sendet kurz darauf eine Widerrufsmail. Rechtsfolge, das Angebot ist wirksam widerrufen, es kommt kein Vertrag zustande. Beispiel 2. Ein Händler bietet in einem Telefonat eine Ware an, sagt aber sofort danach, dass das Angebot nicht mehr gilt. Rechtsfolge, das Angebot ist widerrufen, somit ist kein Vertragsabschluss zustande gekommen. 2. Erlöschen des Angebots, § 146 BGB Beispiel 1. Ein Verkäufer bietet einem Käufer mit der Frist bis zum 15. Oktober ein Auto für 50.000 Euro an, aber der Käufer antwortet nicht innerhalb der Frist, sondern erst am 20. Dezember. Rechtsfolge, das Angebot ist derweil durch Zeitablauf erloschen, und der Verkäufer ist nicht mehr an das Angebot gebunden. Beispiel 2. Ein Verlag bietet einem Autor an, sein Manuskript zu veröffentlichen und setzt dafür eine klare Frist bis zum 1. Juli für die Annahme des Angebots. Der Autor antwortet jedoch erst am 3. Juli mit der Zustimmung zur Veröffentlichung. Rechtsfolge, da die Frist am 1. Juli abgelaufen ist und der Autor erst danach geantwortet hat, ist das Angebot nach § 146 BGB erloschen. Der Verlag ist nicht mehr an das ursprüngliche Angebot gebunden. 3. Unmittelbare Annahme, § 147 Absatz 1 BGB Beispiel 1. In einem persönlichen Gespräch bietet jemand sein Fahrrad zum Verkauf an. Rechtsfolge, der Interessent muss sofort entscheiden, sonst verfällt das Angebot. Beispiel 2. Ein Verkäufer bietet in einem Laden ein Sonderangebot an. Rechtsfolge, der Kunde muss direkt an der Kasse entscheiden, sonst ist das Angebot nicht mehr gültig. 4. Angebot unter Abwesenden, § 147 Absatz 2 BGB Beispiel 1. Ein Unternehmen sendet ein schriftliches Angebot per Post. Rechtsfolge, der Empfänger hat einige Tage, je nach Umständen, für die Annahme, Zeit sich zu entscheiden. Beispiel 2. Ein Freelancer sendet ein Angebot per E-Mail. Rechtsfolge, der Empfänger hat eine angemessene Frist, ca. 1 bis 2 Werktage Zeit für die Annahme. 5. Angebot mit Fristsetzung, § 148 BGB Beispiel 1. Ein Immobilienmakler gibt eine Frist von 10 Tagen für die Annahme eines Kaufangebots. Rechtsfolge, nach Ablauf der Frist ist das Angebot erloschen. Beispiel 2. Ein Online-Shop bietet einen Rabatt, der nur bis zum Ende des Monats gültig ist. Rechtsfolge, nach Monatsende ist das Angebot nicht mehr gültig. 6. Verspätete Annahme, § 150 Absatz 1 BGB Beispiel 1. Ein Käufer antwortet auf ein zeitlich begrenztes Angebot erst nach Ablauf der Frist. Rechtsfolge, die verspätete Annahme gilt als neues Angebot des Käufers an den Verkäufer. Dieser kann nun entscheiden, ob er das neue Angebot annimmt oder nicht. Beispiel 2. Ein Unternehmen antwortet auf eine Ausschreibung nach dem offiziellen Ende der Bewerbungsfröst. Rechtsfolge, die verspätete Annahme gilt als neues Angebot gegenüber dem Ausschreibenden. 7. Schweigen als Annahme, § 151 BGB Beispiel 1. Ein Stammkunde erhält regelmäßig Ware und bezahlt ohne vorherige ausdrückliche Annahme des Angebots. Rechtsfolge, aufgrund der Geschäftsbeziehung gilt das Schweigen als Annahme. Beispiel 2. Ein Fitnessstudio sendet seinen Mitgliedern jedes Jahr ein Angebot für die Verlängerung der Mitgliedschaft. Die Mitglieder müssen normalerweise aktiv zustimmen, aber es gibt eine Klausel im Vertrag, die besagt, dass die Mitgliedschaft automatisch verlängert wird, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Frist gekündigt wird. Rechtsfolge, aufgrund der Vertragsklausel und der Geschäftspraxis gilt das Schweigen des Mitglieds als Annahme des Angebots zur Verlängerung der Mitgliedschaft. Vorvertragliche Pflichten, § 311 ABS 2 BGB Beispiel 1. Ein Autokäufer interessiert sich für ein gebrauchtes Auto und trifft sich mit dem Verkäufer. Der Verkäufer verschweigt bewusst, dass das Auto einen Unfallschaden hatte, der repariert wurde. Rechtsfolge, der Verkäufer hat seine vorvertraglichen Informationspflichten verletzt, die gemäß § 311 Absatz 2 BGB bereits in der Vertragsanbahnungsphase bestehen. Der Käufer könnte den Vertrag anfechten oder Schadensersatzansprüche geltend machen, falls er das Auto unter diesen falschen Voraussetzungen kauft. Beispiel 2. Ein Makler hat die Pflicht, vor Vertragsabschluss alle wichtigen Dokumente, wie beispielsweise Grundbuchauszüge, Energieausweise etc. bereitzustellen. Rechtsfolge, Nichtbeachtung kann zu Schadensersatz oder Vertragsanfechtung führen. Wir hoffen, dass euch die Beispiele es anschaulich gemacht haben, denn in den Fachwirtprüfungen ist dieses Thema regelmäßiger Bestandteil und bringt zwischen 3 und 22 Punkten. Daher wünschen wir euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal!